Willkommen zu einem neuen Video. Heute mal wieder Ordering Chaos und zuallererst will ich ein kleines Statement machen. So, was müssen wir da machen? Nein, das ist nicht richtig. Hartnäckiger glaube ich. Ah ne, falsch, falsch, falsch. Entschuldige Leute, wenn ich da jetzt gerade am Suchen bin. Da, das ist es. Ich muss heute mal ein Statement machen. Ja, du kannst gerne mit mir in die Gruppe. Ich muss heute ein Statement machen über einen Kommentar, der gepostet wurde auf meinem LP 100. Lass mich lieben, ich schaust gerade nach 129, genau. Und das schreibt jemand, Ordering Chaos ist nett mit zwei T. Das meint er wahrscheinlich nicht langweilig, wenn du es mal tichtig spielen würdest. Tichtig heisst wahrscheinlich so viel wie richtig. Und da musste ich ein bisschen lachen. Weil ich spiele wahrscheinlich das Spiel schon ziemlich viel länger als die meisten von euch. Ich will mich dadurch irgendwie nicht cool oder so fühlen. Gar nicht, im Gegenteil. Und, ähm, ich habe das Spiel extrem gesuchtet, Leute. Extrem. Als, ähm, als, ähm, als ich da mein T1 hatte, suchte ich wirklich, äh, ähm, was war da genau, SPL und all das. Das waren Zeiten, Leute. Ich war dabei und du, der das wahrscheinlich gepostet hast, nicht. Also, ich fand es einfach lustig, den Kommentar. Vielleicht werde ich ihn in euch sogar einblenden. Aber ihr könnt ihn auch selber nachschauen. Eigentlich, wenn ihr unbedingt wollt. Äh, joa, ich bin am LPN. LPN. So. Und heute soll es aber nicht um das gehen. Eigentlich, ich wollte es einfach mal kurz sagen. Heute soll es darum gehen, dass ich euch ein paar Tipps für die öffentliche Party bzw. Club geben will. Ich bin jetzt die letzten paar Mal eigentlich immer mindestens einmal im Monat irgendwie rausgegangen. Ja, was ist denn? Ja, wenn du... Ah, hey, von klar. Klar. Mal Lead. Lead. So, danke. Nein, falsch. Einladen. So. Ja, ja, wenn du in einer Gruppe bist, bist du ganz schlau. Auf jeden Fall, wenn ihr in den Club geht, wenn ihr in die Party geht, Disco, eigentlich das... Ah, nee. Ist da schon jemand am Questen? Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Bitte nicht. Nein, wieso sind die alle tot? Nein. Hat es nichts mehr für mich? Ah doch. Ja, perfekt. Auf jeden Fall, Regel Nummer 1, geht nie alleine in den Club. Geht immer irgendwie... Also, Regel... Regel, nee, wir wollen nicht so sein, aber einfach so eben. Ich will euch, wie gesagt, ein paar Tipps geben in dieser Serie, in dieser Real-Life-Serie. Also, Real-Life in diesem Orion Chaos LP. So, gut. Wir sind im Kampf. Wo ist der? Ah, ist wahrscheinlich Flame, der im Kampf ist. Nicht gut. Geht nie alleine in den Club, weil ganz im Ernst, alleine ist es einfach scheisse. Vor allem, wenn dann der Club oder wenn die Musik noch scheisse ist. Ähm, das war bei mir gestern bzw. vorgestern so. Ähm, also eigentlich gestern. Und ähm... Nein, klau nicht mein! Ach, Spast. Komm, machen wir eine Gruppe. So, Einladung wurde einfach gleich gesendet. Der blockt wahrscheinlich wieder. Ich brauche die. Ah, Spast. Ne, ganz im Ernst. So, der ist jetzt mir. So, beide sind mir. Auch gut. Und ähm, nie alleine in den Club geben. Es ist auch ein bisschen Sicherheit. Weil, da kommen wir schon zum Punkt 2. Es gibt immer Leute. Und da will ich jetzt mal ganz ehrlich sagen. Ich bin eigentlich nicht einer, der Leute hatet. Aber es gibt immer Leute, die provozieren. Die am provozieren sind. Und ähm, es ist nicht cool. Sagen wir es so. Ah, Flame ist da. Perfekt. Ähm, und da müsst ihr wirklich aufpassen. Weil es gibt irgendwelche, irgendwelche Hackfressen, die euch irgendwie provozieren wollen. Die, ähm, dumm, wirklich einfach nur blöd sind. Es gibt's einfach. Und ihr müsst da eigentlich, es ist auch immer gut, wenn ihr da noch andere Leute dabei habt. Ah, komm. Ja, gerne. So, du kannst mich ja... Ah, nee, du bist Mage. Ja, sonst hättest du mich heilen können. Ähm, und... Eben, das ist eigentlich der zweite wichtige Punkt. Lasst euch nicht provozieren von irgendwelchen Leuten. Ganz im Ernst. Es lohnt sich nicht. Besonders, ich würde jetzt, ich würde jetzt wahrscheinlich, sagen wir mal, auf Provokationen eingehen, wenn ich irgendwie doppelt so breit wäre und all das. Aber, ähm, nur dann irgendwie eins gegen eins. So, wir sind fertig. Perfekt. Danke. Ähm, nur irgendwie eins gegen eins oder sowas. Aber eben, ich bin... Ah, das ist sicher scheiße. Ja, war klar. Ähm... Ähm, nur dann würde ich jetzt das machen. Also, ich müsste jetzt irgendwie ein halbes Jahr oder noch... oder ein Jahr ins Gym gehen. Gehen. Damit ich irgendwie... Damit ich irgendwie... mich irgendwie dazu fühle. Es geht natürlich auch ein bisschen darum und ähm... Sonst was aber eben. Ich kann dich auch in Kingsprime... Nein, nein. Ich hab schon ne Gruppe. Ich... ich mach... ich mach hier die Gruppen. Und ähm, das ist eigentlich sozusagen der zweite Tipp. Dann der dritte Tipp, Leute. Ganz, ganz wichtig, Leute. Macht das. Macht euch... macht euch selber diesen Gefallen. Und nehmt Ohrschutz mit, Leute. Ich glaub, es ist... es tönt irgendwie so behindert und ihr denkt wahrscheinlich am Anfang, LOL, wie behindert sieht das aus, wenn ihr mit Ohrschutz im Club rumläuft. Aber Leute, eure Ohren werden euch ein Leben... ich... ich sage es euch, ein Leben dankbar sein. Ähm... und... ähm... es ist einfach... für euch selber besser, für eure Ohren besser. Es ist wirklich besser. So, Pfeffer Level. Ich glaube, den brauchen wir eigentlich nicht. Ah, doch, den können wir brauchen. Doch. So. Bereite... Berichte Alanti von X11... X11. Oh mein Gott, mein Englisch. Am gut sein. So, was haben wir hier? Rüstung. Was haben wir hier? Ah. Ah. Ah, da sind sie. So, wir haben langsam die vollen... holen mich mal bitte auch in die Gruppe. Ja. Mann. Ihr seid immer die Komplizierten, die sagen, ich komme in 5 Minuten, ich komme dann... früher war das irgendwie nicht so. Früher sagte man einfach, ich kann nicht in die Gruppe und dann kam man. Ne, aber zurück zum Thema. Ähm... ebenso, wir müssen da durch. Perfekt. Ähm... wirklich, es ist laut in der Disco. Man muss selber mal eigentlich dorthin gehen. Ihr könnt auf dem iPhone volle Pulle Lautstärke machen. Und es ist immer noch leiser als im Club. Ich schwöre, das waren gefühlte 100 bis 110 Dezibel in diesem Club. Also im einen, ich war ja auch schon Porn oder Partys. Ähm... Ich mache jetzt gar nicht wirklich den Unterschied zwischen Club und öffentlichen Partys, weil ich meine meine noch fast das gleiche ist. Betonung auf fast. Und ähm... macht das wirklich. Nehmt Ohrenschutz mit. Ich dachte zuerst auch irgendwie ein paar... ähm... Sposten wollen mich anficken und sagen so... Oh, wieso hast du Ohrenschutz und so? Aber eben, eure Kollegen, wenn ihr mit Freunden geht, eben müsst ihr eigentlich... Mein Tipp? Ne, müsst nicht. Aber ich empfehle es euch. Ähm... Dann wird da niemand etwas dazu sagen. Wirklich. Es ist kein Problem. So. Und... Sprich mit X12B. Och mein Gott. So. Poste. Können wir auch noch lehren. Von Son Goku. Und du hast mir zurückgeschrieben. Cool. Ja, ich mache das manchmal. Mein Mann, Gabri, ich wusste ja, dass du cool bist. Aber sowas cooles verdient dein Applaus. Ich habe mir dein neues Video gesehen. Hast du einen Daumen hoch von mir? Man, du bist einfach der Beste. Danke. Mach das auch sowieso. So. Wo müssen wir jetzt hin? Oh, wir haben eine Quest. Wir haben eine Quest. Wir haben eine Quest. Wir haben eine Quest. Nicht... Oh, sogar zwei Kampfen in Nahrung. Ah, eben. Ich habe doch mal gedacht, wir müssen doch noch die Eisbären machen. So. Sonst was wollen wir. Sonst zuerst macht... Ne, wir machen zuerst die Quest da, die uns die nette Dame da gegeben hat. Frostling ist ein Beutel. Das soll irgendwo... Ah, das hier. Warte mal. Wir haben doch noch die Eisbären. Nein, die sind wahrscheinlich die da vorne. Genau. Wir machen jetzt zuerst das. Das ist auch ein Tipp. Und ähm, noch... Und der nächste Tipp, was sind wir jetzt? Tipp 4 oder 5 oder so. Schaut immer, was für Musik läuft, Leute. Ich bin letzten Samstag, also vorgestern. Ich nehme jetzt... Oder Samstag, Sonntag eigentlich. Ich nehme jetzt Montag auf, einfach weil ich Bock habe. Und ähm... Oh, Mist. Beutel voll. Ah. So, wer ist mit dir? Und... Leute, es war richtig krasses Diebhaus. Aufnahme, oder? Nein, ich nehme nicht auf. Nein, natürlich nicht. Ähm, es war richtig krasser Diebhaus am Start. Ich weiß, viele Leute fühlen das. Und, also, ich finde das geil. Äh, ich fand das auch so lustig, als ich mal mit Düse und Perkix in der Konferenz war, sagte ich so... Ja, das fühle ich voll. Und die haben das nicht gecheckt, haben das ja in Deutschland nicht sagt. Und das war ganz lustig. So. So, perfekt. Das nenne ich mal ein Team. Das hilft. Äh, ja, gerne. Ich nehme... Äh, ruhen immer sehr gerne. Äh, ja, auch. Wow, das geht ja echt schnell. Das ist eigentlich der nächste Tipp. So, was habe ich überhaupt für einen Tipp gesagt? Genau. Eben, schaut auf die Musik. Ich habe Petit. Ja, ich sehe es. Und, ähm, das ist eigentlich mein nächster Tipp, weil, äh, ich glaub mir, die Party ist nicht mal halb so geil, wenn ihr die Musik nicht fühlt. Und, ähm, ich brauche, äh, bei Party im Club, ich brauche einfach endlich, dass das abgeht. Irgendwie Dance Music. Ich höre das sowieso eigentlich, ähm, in letzter Zeit sehr, sehr oft. Eigentlich praktisch nur, weil ich das wirklich sehr, sehr geil finde. So, ich muss mal schauen, wie spät es ist. Ja, nach vier, fünf Minuten. So, ich bin fertig. Wo, ah, da hinten was ich... Ah, lol, da ist ein Weg. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das habe ich noch nie gesehen. Und, ja, das sind eigentlich so... Genau, der nächste Tipp ist, wenn ihr saufen wollt. Oh Gott, ich weiss, ich sollte eigentlich eine Vorbildfunktion sein, aber es muss jeder selber entscheiden, was er macht. Ähm, sauft draussen, Leute. Mehrere Gründe. Mehrere. Ach. Ah, da ist doch eine Verkäuferin wo. Perfekt. So, verkaufen wir dieses Zeug noch. Genau, wenn ihr... Ach, das braucht man, glaub ich, nicht... Äh, wenn ihr saufen wollt. Zurück, nochmals. Dann, sauft draussen, Leute. Es ist ein wichtiger Punkt. So, Grund einfach. Weil, äh, haben wir dieses Schild zweimal? Ne, sind einfach das gleiche Symbol. Typisch Gameloft. Ähm, wenn ihr... So, wenn ihr saufen wollt. Eben, wie gesagt, sauft draussen. Erstens, es ist in 99,9% der Fälle günstiger. Und, ihr müsst auch nicht Angst haben, vor allem die Frauen unter euch, die mich schauen. Ich glaube, das ist etwa 0,0001% gefühlt. Ähm, aber es hat immer welche dabei. Also, ich hab letztens mal ein Kommentar wieder gelesen. War ich eigentlich noch erfreut, dass nicht nur Männer zuschauen. Oder Jungs. Jungs! Ne, ähm, eben Saft draussen, weil eben, ich hab ja gesagt, äh, besonders die Frauen, weil es gibt immer welche Idioten, die K.O. Tropfen haben. Dabei haben dann irgendwie so ganz coole Sachen mit euch machen wollen. Und, es ist einfach so, ich hab ja auch gedacht, dass es eigentlich nur irgendwie nicht so wahnsinnig ein Problem sei. Aber, ich hab zwei getroffen. Ähm, die haben gesagt, ja, die wurden, ähm, die wurden da mal wirklich, oder die eine wurde mit K.O. Tropfen, ja, bewusstlos gemacht. Und musste dann direkt mit der Ambulanz ins Spital gehen. Nicht geil, nicht geil, Leute. Wirklich nicht geil. So, sind das die? Ich glaube, ja. Und darum auch ein weiterer Grund, draussen zu saufen. Und eben, ich persönlich, ich will eigentlich nicht sagen, dass ihr saufen müsst, aber mit saufen ist halt immer ein bisschen lustiger. Ich war früher wirklich auch sehr anti-saufen. Und dann, so, dankeschön. Weil, eben, ich habe es nicht gern, das ist, werdet ihr am Anfang auch sehen. Am Anfang findet ihr es nicht so geil. Besonders Bier, das hat man eigentlich am Anfang nicht gern. Und mit der Zeit finden wir es eigentlich noch gut. Eben, man muss sich ein bisschen an den Geschmack gewöhnen, Leute. Klar, wenn ihr natürlich nicht wollt, dann nehmt ihr nichts. Und, ähm, ja eben, so, das sind die falschen. So, wo hat es noch welche? Ah, hier oben. Dann chillen die. Ja, ich glaube, das sind eigentlich so meine Tipps. Genau, was ihr vielleicht auch noch schauen müsst, aber das sollte eigentlich offensichtlich sein. Schaut, wenn ihr irgendwie ein Zug fährt oder sonst was. Weil, sonst kann es sein, besonders im Winter, dass ihr einfach extrem lange draussen warten müsst. Und vor allem in der Kälte ist es einfach richtig scheiße, Leute. Richtig belastend. Und das will eigentlich niemand. So, da ist gar nichts mehr. So, Flame hilft eigentlich sehr, sehr gut, muss ich sagen. So, perfekt, sie können wir auch noch nehmen. Und, ja, das sind eigentlich so die Tipps. Und, ähm, eben, ihr müsst natürlich auch immer ein bisschen selber wissen, was schauen und so. Also, eben, ich habe jetzt auch... Ah, der X der King hat wahrscheinlich ein Connection Problem. So, hat es hier, hier auf der anderen Seite auch noch. Ich hoffe es... Ne, jetzt nicht. Und, ähm, eben, ihr müsst halt auch immer schauen mit den Finanzen. Weil, eben, das geht ins Geld, Leute. Ich habe es jetzt auch gespielt. Darum, das ist jetzt eigentlich ein wirklich guter Grund, ähm, wie der Video... Also, ne, eigentlich ist es ein dummer Grund. Wobei, sagen wir es so, das motiviert mich einfach wieder Videos zu machen. Und ich bin... Order in Chaos bin ich sowieso sehr motiviert. Ich will einfach nicht mehr Videos als eines pro Woche raushauen. Aber wenn ich jetzt nur Order in Chaos machen würde, dann würde ich sehr viel raushauen. Einiges an Videomaterial. Und, ähm, so. Wir sind fertig. Und... Wow, die EP, Leute. Habt ihr das gesehen? Und, eben, von dem her ist es auch immer gut. Aber eben, mit der Zeit, es geht in die Kohle. Also, ihr müsst aufpassen. Schaut auch immer ein bisschen auf die Kohle. Aber eben, weil ich, wenn ihr da... Äh... Wenn ihr da, sagen wir mal, nicht allzu dumm seid, dann merkt ihr das schnell. Eben... Ich weiss ja nicht, wie das Schulsystem in Deutschland und Österreich genau ist. Aber ich glaube, es gibt auch eine Art Lehre. Und, wenn ihr dann natürlich verdient, ist das sehr gemütlich. Dann wisst ihr, ihr habt jeden Monat irgendwie 700 Franken oder so. Könnt die ausgeben. Und das ist natürlich richtig, richtig nice. Ja. Danke, danke, danke für die 50 Gold. So. Dann schreibt mir irgendwie ein Thema in die Kommentare. Ich schau mir das immer... Ich lese mir alle Kommentare durch. Und, ähm... Ja. Gut. Dann hoffe ich, euch hat es gefallen. Schreibt ein Thema über das, was ich mal sprechen soll. Und, ähm... In die Kommentare... Ja, hab ich schon mal gesagt. Lass einen Daumen da. Tschüss, Leute. Tschüss. Tschüss. Und, zu EC. Die DynamikON, Sphäre-Klinikonher. Tschüss hier!